Hey Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen und dann auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also ich war heute im Laden und hab mir einen Lolli gekauft und... wir können das nur sein könnte das sein ich weiß es nicht die schluss mit sonst dann jemand okay sagen wir ja gucken sie es mal gemeinsam und hier auf meiner wunderschönen green screen decke obwohl das kein gewiss gehen ist einfach nur eine grüne decke wie immer was ist denn das steht da drauf fischeln no fake real adventskalender für youtube herz da steht noch was die away dachtest du wir machen das machen die drecksarbeit xd das steht hier echt ne ist hier no fake ne leute ihr seht ihr selbst ich weiß nicht was das hier soll was ist denn hier passiert und wer ist das denn da wir haben heute den ersten dezember müsst ihr euch überlegen und der erste die haben wir es hier da kommen wir mal was da drin steht oder hier ist der erste introduction plus q&a start eigentlich was anderes machen heute aber q&a können wir auch machen da habt ihr es gehört leute wir starten jetzt hier eine q&a also eine fragen antwort runde die bis zum 20 dezember geht um eure frage im video dabei zu haben ist einfach nur hashtag fragt das pokemon vor der frage stellen so wie es hier gerade im beispiel gezeigt wird außerdem gibt es jetzt jeden tag wirklich jeden tag ein adventskalender video nein die sind nicht alle so wie jetzt gerade und hinter den videos steckt sehr viel arbeit und liebe hinter also also würde ich mich freuen wenn es euch gefällt denn es ist echt anstrengend und manche leute meinen auch ich soll das gar nicht machen weil das 24 24 videos in einem monat hintereinander alles das ist viel zu viel also ja es ist schon ziemlich viel was ich da mache aber ich schaff das schon ansonsten war es mit dem video bis morgen dann kommt das nächste video haut rein und ciao